Es war für mich eigentlich auch ganz spontan. Ich bin ganz froh für ein Scholli, der so eine super Saison gespielt hat, dass er in der Herrchenliga noch ein Angebot bekommen hat. In erster Linie Respekt an den Verein, der es in mir hat. Und als zweites, ja, ich bin heute wieder auf Reis gegangen, ich probiere mich jetzt wieder auf die neue Saison viel zu machen. Mein bestmählich zu gehen.